Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die Dachsanalyse für nun Freitag, den 15. März 2024, den ersten Hexensabbat im Jahr 2024 dann nun, das heißt, es rechnen jetzt am Freitag wirklich mehrere Produktkategorien ab, anders als bei den kleinen Verfallsterminen, insbesondere eben durch die Futures, die jetzt dazu kommen und so hat der Tag einfach eine gewisse Wichtigkeit, ja, mit dem Reifendruck war es offenbar nicht ganz getan, mit dem Reifendruck prüfen, unser Dachs hat hier nochmal ordentliche Schlappen aufziehen müssen, sind natürlich recht männliche Exemplare, die er jetzt hier ausgesucht hat, gucken wir, ob er damit gut zurechtkommt, denn rein vom Bewegungsablauf haben wir hier eine interessante, ach, ich gucke mal, ich habe es schon mal reingemalt, das wollen wir uns ja gar nicht zeigen, das kommen wir gleich zu, rein vom Bewegungsablauf müssen wir Folgendes festhalten, auch insbesondere zu dem, was wir gestern besprochen hatten, wir hatten hier diese Flagge und haben gesprochen, besprochen, dass die Flagge eigentlich nach oben auflösen sollte, er müsste über die 18.000 und könne dann die Flaggenauflösung reindrücken. Die Flagge habe ich im Chat bei uns gelesen, haben manche als Fehlausbruch deklariert, das ist aber eigentlich nicht richtig, die ist vom Bewegungsziel ganz schön verkümmert, das kann man sagen, aber die Flagge wurde trotzdem in Bewegungsrichtung aufgelöst und hat ein neues Hoch getragen und das ist Ziel und Zweck von einem Trendfortsetzungsmuster, sodass er anschließend auch im Trend eben ein neues Hoch ausgebildet wird und das wurde getan. Zerlegt man sich diese Bewegung jetzt hier von, ich sag mal, dem Tief bis zu dem Hoch, sagt hier, war auch ein erster Abschnitt, hier ein zweiter, ein dritter, dann diese Flagge und jetzt eine verkümmerte fünfte Welle hier quasi, die einfach noch oben kurz drüber gestochen hat, ist das auch gar nicht so schlimm, dass er anschließend jetzt hier drunter geht, auch unter das Tief, solange er es jetzt über diesem Hoch bleibt, weil geht man noch einen Schritt zurück, also von diesem Tief zurück hat man ja von hier, hier war eine größere Bewegung zur Seite, haben wir hier einen Antrieb nach oben bekommen, Gegenbewegung, noch einen Antrieb nach oben, wieder eine deutlichere Gegenbewegung und wenn er sich jetzt hier wieder nach oben stellt und man nimmt jetzt das zur Basis, könnte man ja durchaus schon Richtung 1,20, 18, 1,90 den anzählen und das wäre sogar recht üblich, dass der Dax einfach, wenn er von oben kommt, eben auf die alten Hochs draufsetzt und das ist genau der Grund, weswegen wir gestern das so ausführlicher oder ich gestern so ausführlicher drüber erzählt habe, wie das hier unten ablaufen wird, weil das halt, hier sind verschiedene Unterstützung, die dann nach oben reagieren, sei das an der 9,20, sei das die 8,80 und so weiter und so fort und man hat es im Dax auch gemerkt, der wurde von hier oben, vom neuen Hoch relativ leichtfertig runtergegeben, aber als er dann hier unten auf die ersten Unterstützung kam, haben die alle nach oben gezogen, also jede einzelne Unterstützung, die da unten kam, die hat das mal richtig kräftig wieder nach oben angezogen und das hat zwar jetzt noch nicht zu einer richtig schönen Umkehr geführt, die nach oben raus getragen wurde, aber auf jeden Fall zu einer Stabilisierung, weil die ganzen Folgentiefs allesamt immer wieder direkt nach oben gepresst wurden und jetzt sieht man das auch auf der Ebene hier am Stundschaut, finde ich das recht schön, dass es eben zu einem Abflachen der Abwärtsbewegung geführt hat und zwar sehr sichtlich und deutlich und am unteren Band und auf dem letzten Hoch und damit hätte er zum Freitag eigentlich eine ideale Voraussetzung, um oberhalb von 9,20 wieder komplett nach oben durchzuschieben und sogar neue Hochs zu generieren, neue Hochs eben dann, wenn man hier die Kästchen eben übereinander legt, bis locker schon mal rein in der 18,1,20, 18,1,90 ja, also das wäre denkbar, wenn er sich über 17,9,20 oder sagen wir mal vielleicht 17,9,30 jetzt weiter aufwärts drückt, weil dann wäre das vorgeschaut einfach bloß ein stinknormaler Rücklauf gewesen und deswegen würde ich vielleicht noch im Hinterkopf behalten, dass wir einen Widerstand bei 17,9,50 auf dem Weg nach oben haben, aber man könnte dann sich so strecken, dass man sagt, oberhalb von 17,9,50 ist der Markt eher wieder auf Longside orientiert, er kriegt über 17,9,20, 17,9,30 schon so ein bisschen einen kleinen Touch nach oben und wenn er dann diesen, ich sag mal einzigen Widerstand, den er ja nach oben raus hat, überwunden bekommt, kann er sich nach oben ein bisschen wieder freier gestalten. Ja, und deswegen würde ich mich persönlich nicht zu sehr kirre machen lassen, auch nicht davon, dass das tiefere Tief gerissen ist, weil das ist für mich immer, die Seminarte, die bei uns kennen das mit den markanten Hochs und Tiefs, dieses Tief ist ja nur ein Teil dieser Aufwärtsbewegung, ja, und von daher ist es jetzt zu dem Zeitpunkt anders, als wenn die Flagge direkt nach unten gelöst wurde, das wurde sie nicht, sie wurde sachrecht nach oben gelöst, deutlich verkümmert, ohne Frage, ich verstehe sogar, wenn jemand sagt, das ist ein Fehlausbruch, weil auf Tagesebene war es ein Fehlausbruch am neuen Hoch, aber die Flagge an sich hat es aber aufgelöst, weil das erste Ziel der Flagge ist das alte Hoch und das wurde erreicht. Ja, hat auch hier unser 18,28 mal angelaufen, also es passt schon, ja, und das ist okay, wenn er jetzt zurückläuft, er macht sich damit den Trend noch nicht kaputt und kann jetzt hier durchaus wieder hochdrehen. Tagesshot, da können wir ja mal drauf gucken, ist nun aber auf die Doji-Kerze, auf die Unsicherheitskerze hier noch eine weitere rote hinterhergekommen, aber auch das kennen wir aus vergangenen Tagen, haben wir hier auch gesehen, haben wir auch links, gibt es überall immer mal zwei rote Tageskerzen oder manchmal auch drei, solange die von der Dominanz her nicht das überbieten, was zuvor passiert ist, kümmert sowas auch relativ schnell wieder und dreht nach oben auf und was ich sagen will, ist, dass auf der Basis wir trotzdem noch kein Umkehrsignal auf Tagesebene bekommen, auch wenn es etwas danach riecht und danach aussieht, aber es ist keins, es ist noch keins, es wäre dafür noch zu früh und das wiederum ist nämlich das, was wir gestern erzählt haben, dass ich persönlich hier ungern unter 49 Short gehen würde wollen, weil das wahrscheinlich erst mal alles wieder hochkaufen, weil die großen Marktteilnehmer das eben genauso sehen, die sagen sich dann auch noch, naja, das gucken wir erst mal an, da ist vielleicht noch gar kein Handlungsbedarf gegeben und so weiter und so fort und hauen hier noch nicht alle ihre Absicherungsgeschäfte rein, die gucken sich das im gewissen Grad auch erst mal an und solange da noch nichts umklackert, geht es denen ja primär eher darum, sicherzustellen, dass sie keine Performance verpassen, weil das tut denen viel, 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 viel mehr weh, wenn der Gesamtmarkt steigt und sie selber steigen nicht mit, ich meine, es gibt Fonds, denen ist das scheißegal oder einen, ne, der fängt mit D an und hört mit R auf, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, das ist, glaube ich, der einzigste Fonds, der da ein bisschen anders gestrickt ist, aber ansonsten sind die größeren Anleger ja wirklich daran orientiert, eher mit der Performance mitzugehen, sie wollen ihren Kunden diese Performance bieten, sie wollen nicht den Kunden zu 100 Prozent rausschützen, weil in dem Moment, wo der Markt runterfällt und der Markt macht 40 Prozent, 50 Prozent Minus und die stehen vielleicht mit Minus 20 drin, dann sind die trotzdem gut, sie können sich trotzdem rühmen, aber wenn der Markt, Gesamtmarkt macht 110, 100 Prozent oder 50 Prozent plus und die haben Plus, Minus, Null, dann gehen auch die Kunden weg, ja und deswegen hat einen professionellen Anleger, der vielleicht auch was verwandelt, schon eher das Interesse, nicht zu krassen, die Absicherung reinzugehen und eben einem lieber sicherzustellen, dass man von uns kann und bla 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 kann er, der DAX, deswegen aus so einer Situation ganz easy auch nochmal neues hoch rausstellen, ja, lange Rede, kurzer Sinn, aber gut, ich schneide es jetzt nicht raus, ich lasse jetzt drin, ist egal, habt das jetzt so mitgehört, würde ich mich trotzdem über 9,20 und eben eher nach oben orientieren, insbesondere dann über 9,50 und wenn dann auch noch die 9,80 und die 8,00 fällt, gibt es immer wieder Signallage nach oben, die dann bestätigt wird. Ausnahme wäre jetzt, wenn wir weitere Tiefs kriegen und ihr weiter tief rollt, aber auch da ist noch der Knackpunkt, wir haben eben bei 8,50 noch so einen Support, ja und dann fängt es langsam an, nach unten ein bisschen weicher zu werden, das heißt, der Markt kann das dann schöner durchlaufen, kommt dann besser raus, auch wenn trotzdem für mich ein Shortmarkt erst so richtig unter 17,600 wieder anfängt. Sollte tiefer kommen, unter die 8,50 auch noch fallen, die ist ja jetzt auch noch ein Support, geht wieder Ziel auf 800 und 7,60 auf, ja das ist dann nochmal eine interessante Zone, würde dann aber fast auch damit rechnen, dass es dann eben wieder auf diese alte Leierzone hier Richtung 6,50, 6,30 hinausläuft und er dann hier bis hier unten Schwung holt, wenn er sich nicht gedreht kriegt. Ja, aber es stimmt ihm durchaus zu, hier einfach noch ein Bein draufzusetzen, aufzusteigen, auch wenn er schwächer reinsteigt, guck mal, wir hatten das jetzt im Tagsstart irgendwo auch gesehen mit diesen ein, zwei Kerzen, dann gab es einen Abwärtsgap und er hat sich wieder nach oben reaktiviert, ja also, wenn der sich irgendwie wieder über der 9,20 nach oben rausgekämpft kriegt, würde ich dem eher einräumen, dass er nochmal neue Hochs kriegt, ganz egal, was da jetzt zum Donnerstag gelaufen ist und wie er mit dem Hoch umgegangen ist, wir haben ein neues Allzeithoch gekriegt, wir haben einen neuen Rekordkurs gesehen, wurde jetzt erstmal abverkauft, aber er hat sich eben hier unten auf den Supports, die dann wichtig waren, eben auch wieder stabilisiert. Ja, tätert sich nun auf, neue Hochs drin, von daher würde ich sagen, machen wir hier Analyse zu, wünsche ich euch viel Erfolg zum Freitag und ja, dann hören wir uns am Montag wieder. Webinar musste ich nochmal kurz mit einem Kollegen sprechen, ich glaube, der war jetzt gar nicht da am Wochenende, wie wir das dann machen, wird er aber Stand jetzt eher zum Sonntag tendieren, kriegt aber von mir nochmal Bescheid. Ja, macht's gut, tschüss, tschüss, das Wochenende schon mal.